Auf Platz Nummer 4 liegt der neuseeländische Kauribaum Tan Mahuta. Er zählt mit seiner Höhe von 51,2 Metern zu den größten, heute noch lebenden Bäumen der Welt. Sein Durchmesser beträgt 4,4 Meter und sein Alter wird auf 1700 Jahre geschätzt. Als die neuseeländische Region einmal von einer großen Dürre betroffen war, starb der Baum fast ab. Die Einheimischen aber retteten den Koloss, indem sie tausende Liter Wasser aus einem nahegelegenen Bach umlenkten. Nun erfreut sich der Baum wieder bester Gesundheit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017